Prank Bros, ja komm, wir gucken mal bei den Prank Bros rein, no joke. Wir haben lange nicht mehr bei den Prank-Haus reingeschickt. Wecker ultimativer Prank. Kevin weint. Jetzt wird's unangenehm. Ich hab keine Tränen. Leute, Kevin weint. Ey, Leute, Kevin weint. Ey, ey, ich muss ich gar nicht... Oh, Leute, Kevin weint. Ich schreien mir gerade. Kevin weint. Ich bin's Marvin. Erstmal frohes neues Jahr, Leute. Yes. Digga, gar nicht anstrengend geschnitten. Let's go. Frohes neues, Leute. Auch ein besseres Jahr. Ja, eigentlich, das neue Jahr kann ja eigentlich nicht schlechter werden als insgesamt 2020. Ist ja viel passiert. Ah, der weise Fuchs hier von den beiden. Ich weiß nie, wer wer ist. Und Leute. Ich glaube, links ist Marvin, ne? Uns ist einfach aufgefallen, wir machen YouTube jetzt schon seit 2014, um genau zu sein. Wir haben gesehen. Ich seit 2012, ihr Loser. Unseren ersten Kanal hatten wir am 25.01.2014 gegründet. Das ist jetzt bald einfach sieben Jahre her. Also wir sind schon sieben Jahre auf. Die haben doch fett einen gekifft, Alter. Die haben doch fett gekifft, oder? YouTube. Also hier rechts auf jeden Fall. Die Digga, oder? Ne, da haben wir kleine Pupillen irgendwie. Und das war unser erster Kanal. Das ist jetzt der Gaming-Kanal Brownies. Der hieß damals Prank Bros. Genau. Wer kennt den Kanal noch? Leute, fett einen Daumen hoch. Wer noch den Kanal Prank Bros kennt? Ich kenne ihn nicht, deshalb werde ich einen Daumen nach unten dalassen. Genau. Die, die uns schon lange verfolgen, die werden ihn noch kennen. Yes. Und wo wir dann damals den Pranker zum Gaming-Kanal umgebaut haben, haben wir alle Videos auf privat genommen. Also alle legendären Pranks, Pranks vs. Pranks, 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 alles privat genommen. Und jetzt haben wir so gemerkt, ey, wir haben die drei Jahre auf privat. Wir haben uns selber nochmal reingeguckt. Wir mussten selber staunen. Alter, wie wir da so aussagen. Ja, Mann, das ist echt interessant, Mann. Das ist teilweise sieben, sechs, fünf Jahre her. Ja, ja. Okay, also wann kommt jetzt der ultimative Wecker-Prank? Die ganzen Videos waren so lange jetzt privat und Leute, wir haben die alle wieder online gestellt. Also alle alten, veganären Pranks. Wie geil, Mann, wie geil. Pranks sind wieder online, wenn ihr euch die anguckt habt, checkt auf den Brownies-Kanal die alten Videos. Dort sind alle... Was für Ehrenmänner, alles wieder online für noch mehr Geld. Ihr seht es hier ab, äh, genau, hier. Da hatten wir noch... Ich will jetzt den Pranks sehen. Wir sollen auf noch ältere Videos reagieren, weil jetzt könnt ihr ja selber auf die Videos angucken. Genau. Dann schreibt in den Kommentar noch... Hä? Was ist das? Oh, was hier abging damals schon. Hä? Ist das einfach nur... Reagieren die jetzt einfach auf ein altes Video von sich? Ist es das? Digga, wollt ihr mich ficken oder was, Alter? Ich kann mir das selber angucken. Also... Boah, Alter, das war 2016. Ja, Mann, fast 100.000 Likes. Ich würde sagen, epic Wecker-Prank. Den habe ich noch nicht gesehen, den Epic Wecker-Prank. Schauen wir mal, wie episch der ist, Leute. Ah, Mann, das weiß ich noch. Ah, das war das legendäre, da kam... Es reicht vor. Das legendäre, es reicht. Ah, es reicht, okay. Okay, Leute, wir starten direkt rein. Wann war das? Wann, ich muss noch mal kurz... Ich würde was genommen... 2016. 16. Vor 5 Jahren. Oh, 16. Ja, und zwar ist die Idee von Wild Stunny. Hier nochmal eingeblendet. Vielen Dank dafür. Das hast du noch geschnitten, ne? Ich hab die Videos noch geschnitten. Du hast doch damals geschnitten. Ja, genau. Oh, nein, die Armen, die haben jetzt einen Cutter. Wie schrecklich, Mann. Was muss der alles durchmachen? No, hey. So krass an... Broke, Alter. Da haben wir uns schon YouTube gemacht haben und so. Damals, wir waren aber noch broke. Wir waren noch in der Ausbildung. Genau. Dein Schrank, Junge, Alter. Das sind... 10-Euro-Möbel waren das. Ja. Ich glaube nicht, dass man so einen Schrank für 10er bekommt, Bro. Auch hier anzumerken, unter meiner Facecam ein sehr kleines Wasserzeichen. Sehr unangenehm. Äh, unauffällig. Guck mal, dein Schrank. Da würde nichts mehr mehr reinpassen. Ja, Mann. Ey, das ist... Ich hab jetzt schon so einen XXL-Schrank. Ja, weil jetzt... Da passt schon nicht alles rein, so. Easy. Also echt... Digga, die... Also das ist ja nicht mal eine Reaction. Die reden darüber, wie viel Geld sie haben, was für einen Schrank sie haben, Bro. Das hilft jetzt keinem weiter. Ich hab mich nicht ab, ey. Das ist hier. Der wird denken, dass der Müll, aber... Der wird unter dem Müll... Oh, wie schlau ich schon war, Alter. Du hast schon nachgedacht, ne? Immer schon ein Brain gewesen. Das ist hier drunter. Als wäre das nicht mit irgendeinem abgesprochen. Als wäre das nicht mit... Mein Minizimmer, alle verteilt das, ey. So, alle Wecker sind versteckt. Ich sage, sehen wir uns nachher, ne? Bis dann. Das Handy steht mal wieder wo, Digga. Komplett unauffällig, oder? Ja, Digga, man pennt natürlich auch so mit Licht an, ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Macht mal eine einzelne Chat, wenn ihr auch immer mit Licht anschlaft. Und das Handy, was auf eurer Kommode habt, nicht bemerkt. Und natürlich dabei auch gefilmt werdet. Das ist doch ganz klar. Wer schläft immer mit Licht an, weil er Angst vor Dunkelheit hat? Ja, okay. 5.000 Leute sagen, dass sie gerade mit Licht anschlafen. Alright. Ich hab mir einfach gedacht, was ist das für ein Bauernwecker, Digga? Der weckt nur Bauern, der Wecker. Ich glaube, du wusstest gar nicht, wie der ausgeht. Hast du das mal kaputt gemacht, ne? Ich glaube auch, ey. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, wie das geht, einfach. Den auszumachen. Hohen 3, Digga. Dankeschön. Digga, als ob man den Wecker nicht ausbekommt. Da muss man doch nur oben draufhauen. Ja, Digga. Ich weiß aber auch nicht, wie der jetzt ausgeht würde. Ich wüsste gerade selber nicht. Ich wüsste auch nicht, Leute. Ich würde den einfach essen, glaube ich. Wie der ausgeht. Ich denke, wenn er was macht, dann macht er aus. Digga, den aus Bett zu werfen, auch so ein obvious Move, ne? Alter, gleich doch in der Wand. Wir sind schon Löcher. War das von dem Prank? Digga, ich will schlafen, Mann. Es ist mitten in der Nacht, ey. Hör mal auf, Mann. Das ist überhaupt nicht abgesprochen. Ich will schlafen. Es ist wirklich gerade mitten in der Nacht und nicht 2 Uhr am Nachmittag, an einem Freitag. Hör mal auf. Ja, war nachts. Ey, Junge, das warst du. Hab ich schon abgeschlossen. Hab ich schon vermutet. Hast du von außen abgeschlossen? Mann, ich hält dir das doch nicht, aber wer pennt denn mit Licht an? No joke. Das war unlustig, Mann. Voll eingekuschelt wieder. Ich hab so getan, als wäre das das. Genau, und ich hab gedacht, was wär's dann? Ja, ja, ja. Was hat man da für eine Kamera? Boah. Von diesen Camcorder. Die Digger, Alter. Ich glaub, für die Street-Videos da. Ah, Alter, da kommt man besser suchen und man anzuhnt, ja. Alter. Guck mal, dein Kopf. Alter. Für dein Gammelbett, Alter. Richtiges Einzelkämpferbett, Digga. Ich schwör, diese Lattenroste und so. Ey, Leute. Das war richtig, das ist einfach nur ein Holzgestell. Hat direkt gequietcht alles. Kannst du vergessen. Krass. Echt krass. Also, Leute, ihr seht echt, wir kommen so. Da will den Wecker aber jemanden ausbekommen, ne? Von ganz unten, ganz bescheiden. Hey, das ist ein normales Kinderzimmer. Das ist no joke, ein normales Zimmer, Bro. Du hast ein Zimmer für dich selber. Was denn für von ganz unten? Hä? Alter. Was hast du da gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Boah. Beleidigt, ey. Das ist komplett. Oh mein Gott. Oh, jetzt dritter Wecker. Kommt da schon, es reicht? War das beim Dritt oder Pfir? Ich weiß auch nicht, es ist legendärer, es reicht. Ein paar Töchste kennen das. Ja. Jetzt. Dieses Aufwachen ist auch so gut gespielt. Das musst du nicht mehr verlassen. Es reicht! Das allererste ist reichlos, ne? Ich wurde zu der Zeit... Ey, du hast direkt gecheckt, krass. Ach, krass. Krass. Ich dachte, ich wäre so brainig. Aber... Boah, Junge, Alter. Der hat ja eine Kraft. Wahnsinn. Also, hey, Digger. No joke. Der Modus, Alter. Ey, das war der letzte jetzt. Ey. Der letzte. Komm mal, einer. Wenn man einfach denkt, wenn man einfach denkt, mit Bruder zu haben, ist chillig, dann schaut dieses Video. Ah, Leute, Alter. Dieses Video strotzt wirklich einfach nur vor Dummheit. Ist das da hinten? Was hat der da? Was spiegelt sich da? Ist das ein Mörtel? Wahrscheinlich hat der da niemals Weed gegrindet, sondern wahrscheinlich hat der da mit Kräutermischung angerührt. Leute, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich will es mir nicht geben. Nee, ich will es mir nicht geben. Es macht mich einfach nur aggressiv. Es macht mich einfach nur aggressiv. Es macht mich einfach nur aggressiv. Was denn? Ja, was wohl? Die Videos der Prankbrows machen mich einfach nur aggressiv. Mega. Ja.